so leute ich wollte mal gerade ein ganz kurzes info video machen beim nächsten zwar gerade ein bisschen aber scheiß drauf und zwar der mr minetech hat uns leider verlassen und weil wir jetzt eine ungerade zahl sind haben wir jetzt eine große gemeinsame stadt gemacht und wir haben so sachen hier schon hingeportet zum beispiel dieses haus hier und ja die sachen was wir als hier hatten ist vom livestream noch und ja die sachen von mr minetech wollten wir aufteilen und das war es eigentlich schon tschüss